Technikbau sagt, hallo zu einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch ein paar versteckte Tastenkombinationen zu euren LG Fernseher zeigen. Was ihr damit alles machen könnt, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Heute zeigen wir euch ein paar Tastenkombinationen für euren LG Fernseher Baureihe 2021. Was ihr damit alles machen könnt, das wollen wir euch eben heute zeigen. Ihr drückt dafür die Menü-Taste auf der Fernbedienung, dann scrollt ihr nach unten bis alle Einstellungen. Der nächste Punkt ist der Netzwerk und das machen wir jetzt gleich. Allgemein Und nach rechts Und hier Netzwerk Das wählt ihr nicht aus, sondern drückt jetzt folgende Tasten auf der Fernbedienung 82888 Und sobald ihr das gemacht habt, erscheint hier ein neues Menü Und hier seht ihr dann folgende Informationen über euer Netzwerk Ihr seht den Namen des Fernsehers, die Softwareversion, die MAC-Adresse, die IP-Adresse Und könnt ihr zusätzlich den Fernseher über euer Smartphone einschalten Also mit Wake und LAN Und zusätzlich habt ihr natürlich hier Network-IP-Control Da könnt ihr dann alles einstellen Und wir kommen zum nächsten Tipp Drückt dreimal die Stumm-Taste hintereinander auf der Fernbedienung Und erscheint folgendes Menü Ihr seht hier Bildschirmschoner Ihr könnt sogar das Logo ausschalten oder anzeigen, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist Kein Signalbild Und mit den Farbtasten habt ihr auch noch jede Menge an Einstellungen Wie Fernwartung, Set-Top-Box ein oder aus Automatische Einstellung oder AV zurücksetzen Als nächstes wechselt ihr zur HDMI-Quelle Einstellungen wieder Nun scrollt ihr nach unten wieder zu alle Einstellungen Und hier Bild Dann nach rechts Und hier drückt ihr folgende Tastenkombination Dreimal die 1 3 und wieder dreimal die 1 So Und es erscheint folgendes Menü Hier seht ihr nochmal zusätzlich die Farben Und die Mastering Also wirklich hier könnt ihr alles optimal einstellen Nur hier wirklich vorsichtig sein Was ihr macht Finger weg Sonst könnt ihr hier alles verstellen Und dann passt nichts mehr zusammen Wenn ihr wirklich hier was verändern wollt Solltet ihr euch das vorher abfotografieren Damit ihr wisst Wisst, wie das vorher ausgesehen hat Wenn ihr siebenmal auf die grünen Taste auf der Fernbedienung drückt Dann erscheint folgendes Menü Hier oben seht ihr dann die Herz- und die Bildauflösung und alles weitere Jetzt bei mir nicht, da ich jetzt hier keine Quelle ausgewählt habe Drückt auf der Fernbedienung wieder die Menü-Taste Scrollt runter zu allen Einstellungen Und hier wählt ihr nun folgenden Punkt aus Allgemein Nach rechts Sender Und hier drückt ihr fünfmal die 1 auf der Fernbedienung Und wenn ihr das gemacht habt Sollte bei euch folgendes erscheinen Das Diagnostik-Programm Hier seht ihr alles über euren Fernseher Und zwar welche Wifi-Version ihr habt Wie der Fernseher heißt Welche Software-Version Hier seht ihr alles Und erfahrt alles über euren Fernseher Und zusätzlich habt ihr hier auch noch zusätzlich More Dann könnt ihr alles auslesen Haltet auf der Fernbedienung die Quellten-Taste Das ist diese Taste hier Neben der Mikrofon-Taste lange gedrückt Und wenn ihr das macht Dann kommt ihr hier in dieses Schnellstart-Menü Und hier könnt ihr dann schneller umschalten zwischen den Quellen Und habt ihr auch noch die Möglichkeit Direkt über Airplay hier euer Smartphone zu verbinden Das waren sie, die Top-Tipps und Tricks Zu euren LG-Fernseher und die Tastenkombinationen Habt auch ihr Tastenkombinationen oder Tricks Dann lasst uns das doch wissen Damit jeder etwas davon hat Schreibt in den Kommentaren Was ihr noch zusätzlich hier für Tastenkombinationen kennt Wenn ihr dazu Fragen habt Dann verwendet doch unsere Webseite Abonniert unseren Kanal Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand Technikbauer sagt Danke fürs Zusehen Und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal